ja denke so blockade so gerade ist etwas passiert hier die wollte munition holen und dann kam dieser fehlermeldung und das ist nicht zum ersten mal ist schon oft mal passiert und es gibt noch andere fehler das spiel ist wird man abgestürzt und dann bist du wieder raus aus dem spiel gar nicht mehr